Dupli-Color Rust-Stop, das hochwirksame Rostschutzspray, das gleich vier wichtige Produktvorteile in einem bündelt und damit wertvolle Zeit und Kosten einspart. Dupli-Color Rust-Stop ist eine effektive Grundierung für perfekte Haftung, aktiver Rostschutz durch LCI-Technologie, hochdeckendes Farbspray und eine schützende Versiegelung in einem. Sie sparen sich den Einsatz einer separaten Grundierung, einer Farbe, einer Verdünnung und einem Pinsel sowie dessen Reinigung. Dafür setzen wir das neue Dupli-Color Rust-Stop-Spray ein. Bei diesem Geländer werden die rostigen Stellen und Rostblasen mit einer Drahtbürste entfernt. Für feinere Oberflächen kann mit Trockenschleifpapier nachgeschliffen werden. Dupli-Color Rust-Stop kann sogar direkt auf Restrost und Altanstriche gesprüht werden. Dazu die Dose drei Minuten kräftig schütteln und Probe sprühen. Danach in gleichmäßigen Abstand von ca. 30 cm in mehreren dünnen Schichten das Geländer von allen Seiten lackieren. Mit dem sehr ergiebigen Spray gelangt man besonders auch in Ecken und an schwer zugängliche Stellen. Hier sehen Sie die Restaurierung eines alten Metallstuhls mit Holzauflage. Mit Dupli-Color Rust-Stop werden beide Materialarten langfristig vor Korrosion und Witterungseinflüssen geschützt. Der Stuhl wird zunächst angeschliffen und rostige Stellen entfernt. Dose gut schütteln, Probesprühen und in gleichmäßigen Sprühgängen den Lack satt in mehreren Schichten aufsprühen. Dank der hohen Deckkraft und dem guten Verlauf fällt das Lackieren besonders leicht. Fertig ist der neue Stuhl. Der mit Flugrost befallene Blecheimer soll eine Auffrischung bekommen. Dazu wird mit Schleifpapier die sich angesetzte Rostschicht angeraut und entstaubt. Für eine spezielle Effektoberfläche den Eimer mit Rust-Stop Eisenglimmerspray in dünnen Schichten mehrfach lackieren. Die Seitenmatte Eisenglimmerstruktur macht den Eimer besonders wertvoll. Jetzt wird noch die alte Schwengelpumpe in gleicher Manier restauriert. Den losen Rost mit der Drahtbürste entfernen und mit Dupli-Color Rust-Stop einfach und schnell lackieren. Nun kann das Wasser wieder fließen. Mit dem Breitstrahl-Sprühkopf kann in vertikaler und horizontaler Sprühstellung lackiert werden. Dazu einfach die schwarze Düse am Sprühkopf in die entsprechende Stellung bringen. Dupli-Color Rust-Stop zeichnet sich aus durch seine hervorragende Haftung auf Eisen, Stahlblech oder Aluminium und verschönert sogar Untergründe aus Stein, Glas oder auch Holz. Das vielseitig einsetzbare Dickschicht-Lacksystem ist in über 20 gängigen Farbtönen erhältlich und bietet Zeit- und Kosteneinsparung für nachhaltigen Rostschutz.